Herzlich willkommen bei Lotto 6 aus 45, Lotto Plus und Joker. Hochspannung ist heute angesagt, denn es geht um den dritten Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte. Die beiden ersten haben jeweils einen Solo-Sechser gebracht. Ich tricke Ihnen die Daumen, dass Ihnen heute dieses Kunststück gelingt. Ziehungsgeräte und Kugeln sind notariell überprüft und ich wünsche Ihnen viel Glück. Und die erste Gewinnzahl heute Abend lautet 27. 27. Gewinnzahl Nummer 2 ist 39. 39. Vielleicht bringt Ihnen heute auch 11 Glück. 11. Die vierte Gewinnzahl bei diesem Siebenfach-Jackpot lautet 44. 44. Wir nähern uns dem heutigen Sechser mit 5. 5. Und vielleicht gibt es Grund zum Jubeln mit 28. 28. Fehlt noch die heutige Zusatzzahl und diese ist 36. 36. Sollten Sie die ersten sechs, also eben gezogenen Zahlen in einem Ihrer Tipps haben, haben Sie den Siebenfach-Jackpot geknackt. Nun kommen wir zu Lotto-Plus. Hier hat es am Mittwoch zwei richtige Tipps gegeben. Ein Oberösterreicher und ein Vorarlberger haben jeweils mehr als 293.000 Euro gewonnen. Los geht's. Die erste Gewinnzahl bei Lotto-Plus lautet heute 45. Die zweite Gewinnzahl ist 35. 35. Weiter geht es mit 40. 40. Die vierte Gewinnzahl ist 41. Wir nähern uns dem Lotto-Plus-Sechser mit 38. 38. Und komplett ist er heute mit 9. 9. Das war also, wenn Sie mitgespielt haben, die zweite Chance für Ihre Lotto-Tipps. Und damit kommen wir zum Joker. Beim Joker hat es am vergangenen Mittwoch einen Solo-Gewinn gegeben. Eine Wienerin oder ein Wiener erhalten für das angekreuzte Jahr rund 297.000 Euro. Ich drücke Ihnen jetzt die Daumen. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 2. 2. Auch die zweite Stelle lautet 2. Die dritte Joker-Stelle ist 8. An der vierten Stelle haben wir 2. 3. 2. Die vorletzte Stelle ist 0. 0. Und an der sechsten und letzten Stelle haben wir 1. 1. Wie viel Sie gewonnen haben, können Sie mit der Lotterien-App oder im Teletext auf Seite 721 überprüfen. Auf Wiedersehen am kommenden Mittwoch. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020